Weltweit gibt es rund 40.000 verschiedene Berufe. Falls ihr nun schon am Grübeln seid, wie viele ihr davon wohl kennt, können wir heute eure Liste um einige Berufsbezeichnungen erweitern. Denn heute zeigen wir euch 10 der seltsamsten Berufe der Welt. Beginnen wir deshalb direkt mit dem ersten Beruf, den es so tatsächlich nur in asiatischen Ländern wie Indien oder Myanmar gibt. Denn als sogenannter Riesenrad-Anschubser arbeitet man, wie der Titel schon vermuten lässt, als menschlicher Antrieb eines Riesenrads und bringt so das Fahrgeschäft zum Drehen. Dabei stehen die Anschubser meist in der Mitte des Rades und agieren so ähnlich wie Hamster in einem Laufrad. Gestoppt wird dann meist durch weitere Personen, die unten stehen und ebenfalls per Hand das Rad abbremsen. Der Vorteil des manuellen Betriebs ist es, dass die Anschubser die Geschwindigkeit je nach Gästewunsch variieren und sogar rückwärts fahren können. So easy die Arbeit aber auch aussieht, die Anschubser benötigen trotzdem eine ziemlich gute Kondition. Denn bis zu 8 Stunden täglich arbeiten hauptsächlich Männer in diesem Beruf, den sie auch nur bis Mitte 30 ausüben können. Je nach Größe des Fahrgeschäftes werden außerdem gleich mehrere Anschubser benötigt, um die Attraktion in Gang zu bringen. Übrigens ein weiterer Grund, weshalb dieser Job in Deutschland unvorstellbar wäre, ist natürlich die Sicherheit. Denn nicht selten arbeiten die Männer in der Höhe ohne jegliche Sicherung und nur in Schlappen. Außerdem checken die Mitarbeiter jeden Morgen selbst, ob auch wirklich jede Schraube fest und das Riesenrad sicher ist. Sowas wie einen TÜV gibt es nämlich nicht, da jeder Betreiber selbst für die Sicherheit seines Fahrgeschäftes zuständig ist. Etwas weniger gefährlich, dafür aber ähnlich selten und speziell, ist der Beruf eines Musik-Tanatologen. Seine Arbeit besteht nämlich darin, einem Sterbenden durch Musik den Weg in den Tod zu erleichtern. In der Praxis spielen Musik-Tanatologen meist auf einer Harfe, die für eine ruhige und entspannte Atmosphäre sorgen soll. Dabei werden jedoch keine bestimmten Songtitel gespielt, sondern es wird improvisiert, sodass die Melodie und die Klänge sich aus der Situation ergeben. So nutzen diese speziellen Musiker den Rhythmus der Atmung des Sterbenden als Vorlage und passen sich an. Diese besondere Art der Sterbebegleitung wurde bereits im Mittelalter in Frankreich von Mönchen praktiziert. Um als Musik-Tanatologe arbeiten zu können, benötigt man heute eine ganz spezielle Ausbildung. Diese beinhaltet neben der Wissenschaft des Sterbens auch Musikunterricht, Anatomie sowie Physiologie. In Deutschland existiert der Beruf übrigens nur auf selbstständiger Base. In Teilen der USA hingegen ist der Job schon so weit anerkannt, dass Krankenhäuser und auch Hospize ihre eigenen Musik-Tanatologen in Vollzeit beschäftigen. Machen wir weiter mit einem ziemlich kuriosen Testerjob. Denn als Papiertuchriecher besteht der Arbeitsalltag darin, an Papiertüchern zu riechen und das vor, während und nach der Benutzung. Mit einem Jahresgehalt von bis zu 52.000 Dollar ist der Job nicht übel bezahlt. Die Voraussetzung für die Einstellung ist selbstverständlich ein äußerst gutes Riechorgan. Ein weiterer wirklich existierender Beruf, der in eine ähnliche Richtung geht, ist der des Gesichtsfühlers. In diesem Job geht es darum, Gesichtspflegeprodukte oder Make-up darauf zu testen, wie sie sich anfühlen und das im Gesicht eines anderen. Dabei bewerten und beschreiben die Fühltester ihre Eindrücke in verschiedenen Kategorien, wie Konsistenz oder Textur auf der Haut. Kommen wir als nächstes zu einem Beruf, der erst durch seinen speziellen Arbeitgeber äußerst ungewöhnlich wird. Denn die Servicekräfte der Restaurantkette Karen's Diner sind dazu angehalten, extrem unhöflich und frech zu ihren Gästen zu sein. Dabei lassen sie ihre Gäste warten, pöbeln herum oder setzen ihnen Papiertüten mit Beleidigungen auf und handeln einfach komplett gegenteilig zu dem, was man sonst von dem Personal eines Restaurants erwartet. Entstanden ist das kuriose Konzept übrigens durch die populären Karen-Memes, die meist mittelalte Frauen zeigen, die durch ihr aggressives und forderndes Verhalten in der Öffentlichkeit auffallen. Da die Servicekräfte nicht gerade zurückhaltend sind, ist der Eintritt in das Restaurant bis 16 Jahre nur in Begleitung möglich. Außerdem legen die Kellnerinnen und Kellner nach 18 Uhr auch noch eine Schippe drauf und machen sich über ein Mikrofon auch lautstark über die Bestellungen ihrer Kundschaft lustig. Im Gegensatz dazu setzt der sogenannte People Walker, übersetzt Menschenläufer, in seinem Job auf Freundlichkeit und Empathie. Denn Chuck McCarthy hat sich seinen einmaligen Beruf als Spazierbegleitung selbst erschaffen. Für 7 Dollar pro anderthalb Kilometer bietet er an, seine Kunden und Kundinnen beim Laufen, Wandern oder Schlendern zu begleiten. Je nach Kundenwunsch plaudert er mit ihnen oder schweigt. Den doch eher ungewöhnlichen Service buchen unter anderem Frauen, die nicht allein in abgelegenen Gegenden laufen wollen. Gekommen ist ihm die Idee übrigens, als er vor einigen Jahren als Hundesitter jobben wollte, jedoch er weniger Lust darauf hatte, die Häufchen einsammeln zu müssen. Den nächsten abgefahrenen Beruf kann es in Deutschland gar nicht geben. Zumindest noch nicht, denn hier wachsen noch keine Palmen. Als Palmentrimmer ist man dafür verantwortlich, Palmen zu stutzen und zu kürzen. Da Palmen bis zu 60 Meter hoch werden können, eine schwierige und gefährliche Aufgabe. Daher benötigt man für diesen Job, der vor allem in Kalifornien sehr verbreitet ist, auch eine Ausbildung als Landschaftsgärtner, zusätzliche Kletterschulungen und natürlich spezielle Ausrüstung. Dass der Job übrigens nicht ungefährlich ist, beweist auch die Tatsache, dass das Internet voll mit Videos von Unfällen und brenzlichen Situationen beim Palm Tree Cutting ist. Auch der folgende abgedrehte Job ist rein gar nichts für schwache Nerven. Denn wer als Folterer im McKamey Manor in den USA angestellt ist, arbeitet in der brutalsten Horrorattraktion der Welt. Denn während einer normalen 8-Stunden-Schicht simulieren die Angestellten für die Besucher ein Entführungsszenario, das so heftig und krass ist, dass der mehrstündige Trip bisher von noch niemandem gemeistert wurde. Dabei müssen die Angestellten unter Betreiber Russ McKamey in gespielter Härte die Besucher jagen, in enge Kisten sperren und in Ansätzen wohl auch tatsächlich foltern. Da das spezielle Event extrem brutal werden kann, ist es den Besuchern erst ab 21 Jahren gestattet, teilzunehmen. Die teilweise gelernten Schauspieler haben dabei selbst in der Hand, wie die Abläufe ihrer Horrortouren genau sind. Aufgrund der Härte und Brutalität der Attraktion steht das McKamey Manor im Übrigen auch unter strenger Aufsicht der Behörden und musste schon mehrmals kurzzeitig geschlossen werden. Als nächstes zeigen wir euch einen echten Traumjob, bei dem man fast gar nicht glauben kann, dass er wirklich existiert. Doch Tommy Lynch arbeitet tatsächlich als einer der wenigen, wenn nicht sogar als weltweit einziger offizieller Wasserrutschentester. Dafür probiert und bewertet der Engländer Wasserrutschen auf dem gesamten Planeten und reist dafür fast das gesamte Jahr zu den spektakulärsten Wasserparks oder Hotelanlagen. Der gelernte Produktentwickler nimmt seinen Fulltime-Job dabei ziemlich ernst und liefert seine haarscharfen Bewertungsergebnisse in regelmäßigen Abständen zu seinem Arbeitgeber, einem britischen Reiseportal namens First Choice. Doch es gibt noch weitaus verrücktere Berufe, von denen ihr sicherlich niemals erwartet hättet, dass es sie wirklich gibt. Einer dieser kuriosen Jobs ist der des Elefanten-Code-Entferners. Richtig gehört, es gibt Menschen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, in den Hintern eines Elefanten zu greifen, um diesen von seinen Exkrementen zu befreien. Tatsächlich ist dieser doch eher gewöhnungsbedürftige Job nicht ganz unwichtig, denn nicht selten leiden die grauen Dickhäuter an Verstopfungen und Verdauungsproblemen. Würden die Cod-Entferner da nicht beherzt eingreifen, könnte das sogar zu tödlichen Konsequenzen bei den Elefanten führen. Allerdings sollte zu diesem Job auch gesagt sein, dass die Cod-Entferner nicht den ganzen Tag nur allein damit beschäftigt sind, denn meist arbeiten die Angestellten in Zoos oder Auffangstationen für Elefanten und betreuen die Tiere auch in anderen Bereichen. Weiter geht's mit dem speziellen Beruf des Körperteil-Models. Bei diesem Job haben sich die Models nicht auf ihr gesamtes Erscheinungsbild fokussiert, sondern nur auf ein einzelnes Körperteil, wie zum Beispiel die Hände, Füße oder den Po. Dafür hegen und pflegen sie das spezielle Körperteil extrem, treiben extra Sport und achten darauf, dass diesem Part des Körpers nichts passiert, was Nerven oder ähnliches verursachen könnte. So ist zum Beispiel Alan Searod Handmodel und trägt deshalb 24-7 und zu wirklich jedem Anlass Handschuhe, damit ihre Hände absolut keinen Schaden erleiden können. Außerdem betreibt sie eine spezielle Pflegeroutine, damit ihre Hände immer perfekt und makellos aussehen. Übrigens sind auch die Castings für Körperteil-Models oftmals ungewöhnlich, da es dort wirklich nur um das Aussehen des gefragten Körperteils geht, wie man es hier sehen kann. Aber lohnen tut sich das Ganze für viele Körperteil-Models trotzdem. Für Werbekampagnen oder Shootings können sie bei entsprechenden Referenzen teilweise mehrere tausend Euro pro Shooting-Tag verlangen. Und welchen Beruf von dieser Liste würdet ihr am liebsten ausüben? Schreibt es uns unbedingt mal in die Comments. Und ansonsten abonniert Wissenswert für mehr spannende Videos jede Woche und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.